Seit 6 Jahren gibt es diesen Kanal einfach crazy. Oh, ich hab euch da gar nicht gesehen. Wie schön, dass ihr hier seid. Und damit Mahlzeit, werte Freunde der Freundlichkeit und herzlich willkommen zum 6-Jahres-Geburtstags-Special von diesem Kanal. Ich find's absolut unglaublich, wie viel Zeit einfach schon vergangen ist. Und zu diesem feierlichen Anlass, hab ich mir den Aufwand gemacht und habe jedes meiner Videos durchgeguckt und hab euch die besten Teile rausgeschnitten. Das heißt, für euch gibt's jetzt das Beste aus 6 Jahren Skyarmini in einem Video zusammengepackt. Und das teilweise sogar von Videos, die gar nicht mehr öffentlich zu sehen sind. Und angefangen hat alles ca. einen Meter von hier, nämlich da, vor genau 6 Jahren. Und zwar genau so. Guten Tag, äh, mein Name ist Skyarmini. Das hier ist ein Willkommensvideo zu meinem neuen Kanal. Skyarmini. Und heute gibt's ein neues, ich sag mal, Format, nämlich einen Zaubertrick. Also ich zähl jetzt erstmal meine Hand an. Und dann steht hier noch eine Wache, die sich ärgert, dass sie nicht mitkämpfen darf oder so. Ne, warum die sich ärgert, weiß ich eigentlich auch nicht. Ist ja irgendwie logisch, dass wenn ich das jetzt so halte und dann loslasse, dann kippt man es runter und Eisatem habe. So, und jetzt guckt mal. Und vielen Dank für 20 Abonnenten. Es ist jetzt ein Jahr her, dass dieser Kanal gegründet wurde. Heute geht es um so ein kleines Teil, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt. Das ist nämlich ein sogenannter Fidget Spinner. Auf jeden Fall vielen Dank für 50, mittlerweile sogar 70 Abonnenten. Fid, 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 fid. Eins. Das tut es weg und dafür ist ein riesengroßer Zauberstab hier. Kommt da raus, einfach Orangensaft. Einfach Orangensaft. Turn up. Einfach Orangensaft. Es gibt jetzt mein 100-Abo-Special. Ich habe mir jetzt passend zum 100-Abo-Special einen Instagram-Account erstellt. Ich lese da Skymini-YT. Wie viele Sterne gibt es am Himmel? Nach langem Überlegen habe ich rausgefunden. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich erkenne da fast nichts, Mann. Und heute gibt es ein ganz besonderes Video. Heute sage ich nicht nur Hallo Freunde, wenn Sie nicht fern, sondern auch noch Hallo Mr. Tricks XL. Und der hat ein Format gestartet, Fool Me. Genau diese hier. Und stecke sie hier irgendwo in die Mitte. Und tue da jetzt die ganzen Karten einfach wieder rein. Und jetzt, Achtung. Das ganze Deck rausholen. Aber dafür ist eine Karte am Messer geblieben. Eure Karte. Jetzt gibt es meine Live-Reaktion zu meinem neuen Kartendeck. Also, ich wechsle jetzt mal schnell den Standort und, äh, ja, dann öffne ich das Deck. Hoho. Oh, wow. Alter, sieht das cool aus. Zwei, drei. Alter, die fühlen sich krass an. Alter, die fühlen sich richtig krass an. Alter, die sind ja mega gut. Das ist ja krass. Was? Denn ich habe jetzt plötzlich schon 250 Abonnenten geknackt. Alter, wie krass ist das denn? Herzlich willkommen zu einem Hinten von CFSR. Community Vlogs, Community Abonnenten. Oh, 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 oh. Wie hast du mit dem Zauber angefangen? Das ist eine extrem lange Geschichte aus, wirklich. Sehr lange her ist das schon. Und jetzt ziehe ich die Maske ab. Alter, ich kann das doch nicht bringen. Okay, auf geht's. So, Freunde, hier habe ich zusammen mit dem Karten. Weil die, okay, die sind halt wirklich direkt voll weich. Oder das ist schon geil, finde ich. Warte, ich bin Zauberer. Ist es blau? Wie nennen wir den Pfau? Und Hünge. Seine first reaction auf Füro-Papier. Ja, liebe Leute, du willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe jedenfalls ganz schön krasse Schminkzeug, beziehungsweise sie. Ich habe keine Ahnung davon und sie schminkt mich jetzt auch mit. Ist es fertig? Ja, Leute. Ach du Scheiße, was hast du getan? Müsli, Schoko-Pudding oder Hundefutter. Ist es Hundefutter? Ich will das nicht, ich will das nicht. Ja, ist es. Oh, das ist ekelhaft. Da oben in der Infobattung, meine ich. Oder da? Ich meine da doch. Ich sag da. Wenn nicht, bin ich du. Yo, liebe Leute. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute gibt es ein sehr besonderes Video. Der Meme-Ka- Yo, liebe Community von Skymini. Hey, du am Start. Liebe Grüße, liebe Skymini Army oder wie denn das in der Zuschauer-Kanal ist? Skymini ist mal groß geworden. Letztes Mal sind wir da, war er noch so und jetzt ist er noch so. Keine Ahnung. Yo, liebe Leute, wie kommt ihr dieses neuen Video? Duft. Von dem arikanischen Charmant und Joe. Wo ist Joe? Joe. Wo ist Joe? Fubi und Philipp. Yo! Ah, wie das aussieht. Schau mal, schau in die Kamera. Ach, was machte? Eine Sache fehlt noch. Guten Abend, Stuttgart. Vielen, dass ihr heute alle vier seid. Heute ist der 26.3. Darum gibt es heute ein Geburtstags-Special. Und zwar ein 50-Fakten-Video. Mein Traumberuf ist Kameramann. Oder eben Mediengestalter, Bild und Ton. So, ich mach jetzt hier. Und jetzt was da steht, das ist viel zu viel. Ja, äh... Ah! 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 Diesmal geht es darum, dass ich im Urlaub war in Israel. Wir haben herausgefunden, das was wir gebucht hatten, gab es einfach schon seit fünf Monaten nicht mehr. Das ist voll im Versand. Wir sind jetzt hier am Tod merken, wenn ihr siehst. Und ich geh jetzt warten und, äh, wir kommen gleich wieder. Guckt mal, Leute, eine ganz liebe, zutreuliche Katze Jache an. Sehen Sie mal hier. Hier sind ganz viele Kaulkoppen. Ja, hallo. Das ist Karl, die Kaulkoppe. Juh, das ist ne alte Kamera. Hey, wie geil. Hier steht so Neupassage und dann steht hier so Türsteherin Klausina. Zwei Astronauten, Karten und Karten und Steine Klauften. Was heißt das Klauften? Klauften. Klauften. Das ist ein Klauften. Klauften. Was ist denn das denn? Ja, das kenne ich gar nicht so. Klauften. Ja, was ist das denn für Wort? Könnt ihr das heute Klauften? Ich fände da so ein Klaasknach, Liedknödel, Klöße, Klöße. Kannst du diesen Kommentar zu Matti schießen? Boah, lass den mal irgendwie erschrecken. Schkirmeni? Schkirmeni? Schkirmeni! Sehr bergig. Aha. Ich habe ein Angebot, das du nicht rausschlagen kannst. Ein Rammschlag zum Goodbye. Körperwärme ist gleichmäßig im ganzen Körper verteilt und nachdem man verliert, man sie genau. Und jetzt werden wir es erstmal einschalten. Alter Vater, lol, wie geil. Ach so, ich sollte noch auf diesen Kanal gucken. Wo mache ich das jetzt noch? Hallo Skymeni, ich habe dich schon erwartet. Na, ich war jetzt erstmal... Ah, nee, Leute, das darfst du nicht sehen, das ist das Erste, dann ist eine Auswahl. Du sagst jetzt nur, äh, sollte ich das jemandem erzählen? Ich könnte auch sagen, dass die Pik 5 das Pik Ass sein sollte. Also einmal schütteln und dann hat man das Ass. Quatsch. Zwei, drei. Oh, das ist der Stoff, freut Sex. Was, was? Ich habe gerade so tiefste Schüttel. Oh, es fällt weg. Warum springt das nicht? Mann, sie ist ein Plödenstachel, Alter. Was ist denn eine Rohrkartoffel? Weil ich schmecke einfach nach Erde. Lall und schninsch. Ha, 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 schief. Boah. he he boi aber so viel auswahl wäre einfach so kein deck ein welches das sein könnte 1 2 3 bridge size karten save oder bitte was was ich dachte gerade dass wir ein weißige bridge-size karten wie schlecht so schlecht war es eine scheiße was eine freundlichkeit ja dann ist sommer schön warm sie ist ein eis die das aber kein geld mehr hast du auch bock auf ein eis dann kann man das auch ganz legal machen hat man nämlich der geld bitte merken ja bitte merken denn heute der 26.3 existiert dieser kanal seit vier jahren leute kurz meine haare waren sie das ja ich habe lange haare bin aber kein mädchen heute mit dem problem treibe ich mich immer noch rum es gibt immer noch menschen das denken und es nicht verstehen wir sollten eine tradition starten bitte sagt jetzt nicht über ein like und über ein abo bitte sagt und ich würde mich über einen daumen hoch oder abo oder so freuen von euch das war's mit dem video ich hoffe ihr seid zu fans geworden und tschau oh nein oh nein oh nein oh nein aua 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 ich versinke im boden tschüss no joke Leute bin ich eigentlich dumm hier ihr seht wie ich da geschüttelt habe meine hand hat gebrannt und ich habe insgesamt aktuell 55 kartenspiele bitte helfen sie mir ich bin in gefahr flickershot um eiffelturm das dürfte doch machbar sein kann dieser kommentar von ferney gegessen werden wir probieren den schinken ja schmecken gut ist aber nicht so kross wo ist dein zwillingsbruder also meinen zwillingsbruder hatte ich tatsächlich eigentlich gar nicht vor noch mal im video oh der meint mich der meint mich seit wann hast du die krankheit wo dir andauernd stifte aus der nase kommen das habe ich auch noch nie in dem video tatsächlich erwähnt aber heute wird es sehr interessant wow das klingt geil lol da wir natürlich ein reitspiel spielen habe ich gedacht wenn wir hier reiten dann müssen wir natürlich auch alle sicherheitsstandards einhalten sind wir vorbereitet ja absolut top vorbereitet alter das sieht so dumm aus ich will da nicht runterfallen und ich finde das nicht fair bitte rettet mich fischsorten lachs jawoll lachs lachs jawoll lachs jawoll lachs jawoll lachs jawoll lachs jawoll lachs jawoll und mal was das denn das ist mir war mal gefühlt auf meinen einen und auf meinen anderen Weg. Oh, jetzt abonnieren und Glocke akquirieren für neue Videos. Richtig, jetzt abonnieren und Glocke akquirieren für neue Videos, Lagerfeuer Sack. Oh, 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 oh. Das da drauf. Wimpern nimmt mich. Und dann muss man die aber trotzdem irgendwie nochmal schminken. Ja, so wird es sein. Ach nein. Oh, danke. Holy Moly. Ach du Scheiße, was bin ich denn? So, und da ich meinen Zugang noch erwischen muss, muss ich mich jetzt auf jeden Fall beeilen. So, auf und zu. Ich hab's nicht gesehen, ich bin da umzusetzen. Aufsicht ist nice, kann man sagen. Oh. Heute gibt es eine YouTube-Kacke. Voll nice, sorry, voll der Scheiß-Po-Po. Du hast geschafft, dass du meine fünf Abonnenten vorher zukommst. Sorry, ihr Mie-Pi. Wenn mir Skane sagt, die Bundesrepublik Deutschland ist verschlüsselt, dann kann ich instant wie aus der Pistole geschossen scheißen. Ich liebe es, ssss, Menschen zu essen. Zwei von elf. Gute Frage, Mie-Mie. Hast du nur Fortnite im Kopf, oder sass? Ja. Wer würde eher mit YouTube aufhören? Was? Und gut, als nächstes hätten wir ja... Paprika, Bole, Abergina, Kürbis, Säure, Frucht, Gemüse, Rhabarber, Samenfrüchte. Welche Frucht? Ananas. 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 Anananas... Richtig! Jaaa, toll! Es fährt ja alles in Teer, man. Was ist das denn für ne Locke, Alter? Aber was ist das denn, Freunde? Sooo, gar meine Haare. Und nicht so. Wir probieren jetzt diese Radiergummi-Pizza. Ich leck ihn ab. Ist nass. Ich meine, wer kann schon von sich behaupten, dass er schon mal an einem Radierer geleckt hat? Du nicht. Hä? Ihr habt alle schon mal an Radierern geleckt? Was ist los mit euch, Leute? Ich möchte mir jetzt auch einen Monat Zeit nehmen, um Mundharmonika zu lernen. High Five! Nö. Yay! Jetzt noch ich. Noch einen. Oh, da fällt alles raus. Pass auf. Wir haben euch auf Insta, als die Schlampe ist heute. Schlampe nicht, nicht. Backen oder kochen sollen denn eins und beide Wolken wir unbedingt machen? Fällst du im Film von eins? Oha. Es sieht gut aus. Ich sag mal so, Orange ist die Komplementärfarbe zum Blau. Das ist Blau? Nein, das ist Orange, du depp. Uh. Diese Reaktion. So, hier sehen sie. Uh. Das ist ja scheinlich. Heute gibt es eine Party, deswegen sind wir hier. Und für eine Überraschung gucke ich vor meiner Haustür. Für eine Überraschung gucke ich vor meiner Haustür. Ich habe einen Euro gefunden. Der lag vor meiner Haustür. Viel Spaß mit deinem Euro. Back dir ein Eis. Wie teuer, was ist das? Die Brücke ist irgendwie LOL geworden. Simple Club, legendär. Immer eine halbe Stunde, bevor die Arbeit losgeht. So, fangen wir erst mal mit den Basics an. Ihr seht mich jetzt einmal hier und einmal hier. Also, danke. Ja, und das macht das ganz natürlich ein bisschen lustiger, weil dann sieht man sich und dann schaukelt man sich so hoch beim Lachen und so. Richtig. Was war das denn? Ich habe geplört. Was ist das denn für ein geiles Wort? Das haben wir nie gehört. Ja, die Freunde der Freundlichkeit, Menschlichkeit. Also, ich flex mit dem Bizeps und du kannst jetzt die Abmach machen. Klingt nach einem Plan. Es schmeckt schon irgendwie nach Wasser. Es ist so ein bisschen fruchtiger. Brötierst du durch die ganze Fassbrause, die du trinkst? Alles normal. Also, hör, hör, äh, Leute, schau. Ähm, Leute, triffst du mit diesem Kommentar, Tobi? Ah, es ist geil, Manny. Ich fühle mich nicht gut. So, schimmini. Got a shield. Piece of shit. Karma, Karma existiert. Hab verstanden. Null Meter. Damit dein Score nicht kaputt geht. Au! Was war das? To Jurassic Park. Waaaaaaii. Heute vor fünf Jahren bin ich auf Google gegangen und habe mir einen YouTube-Kanal erstellt. Das ist nicht euer Ernst. Das könnt ihr nicht bringen. Das ist... Ihr seid doch so krank. Willkommen bei Unendliche Freundlichkeit. In der ersten Version des Liedes. Ich hasse euch so sehr, wisst ihr das? Es sind einfach meine ersten eigenen Autogrammkarten. So, waren keine Empfindungen, Prüfungen. Ach, das war so überdumm, ey. Ich hatte es noch nicht gesagt, aber ich denke, ihr könnt euch denken. Ich bin durchgefallen. Ich fühle mich so alleine. Wisst ihr, was ich mache? Wow, wow, wie kann das denn sein? Kikatubu. Kera bana. Kiku no ka. Du bist so in Arabien. Wo reden wir? Du bist so in so einem Restaurant, willst du was bestellen und redest so fünf Minuten drauf los und dann einfach nur ketchup geh. Nicht umkippen, das ist schlecht. Wieso nicht? Look at these. Also kurz und sagt bestanden. Jetzt gibt es erstmal Pizza. Let's go. Das sieht überhaupt nicht satisfying aus. Nicht so schön wie ich mir vorgestellt habe. Naja gut. Oh nein. Es funktioniert. Ich habe jetzt auch nicht die heftigste Fitness-Transformation überhaupt. Meine Baume ist wegfest. Aua. Eins. Wie ihr seht, ich sehe es noch nicht. Alter, geilo. Und? Gut. Das sieht gut aus. Ich habe mein Favorite schon, egal wie das schmeckt. Es gab auch noch Granatapfel hiervon. Aber das habe ich nicht gekauft, weil ich immer... Also mag ich Granatapfel sehr. Na komm. Yes. Geiler, alter Eiffel, der Eiffelturm. Und wie geil. Und ich habe zur Sicherheit als Proof nochmal den Eiffelturm berührt. Weil jetzt kann ich sagen, ich habe den Eiffelturm berührt. Ich verzweifle gerade daran, diese Flasche hier aufzukriegen. Ich habe mich verschrieben. Ich habe Sky Menini geschrieben. Das schmeckt nach Donut. Aber jetzt so ein bisschen nach Kümmel. Ich habe eine Stirnlampe. Hallo. Oh, seid ihr süß. Hallo. Hilfe. Das ist so süß. Ja, Laserschwert animieren. Oh ja, Laserschwerter, das fand ich super. Und, wie sieht es aus damit? Jetzt kommen wir von den Spearminten zu Tropical. Cola. Cola? Ja, Cola. Eigentlich nur noch nach Wasser. Shit. Ja, Freunde. Und damit sind wir wieder in der Gegenwart angekommen. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist euer Lieblings-Sky-Money-Video und vor allem euer Lieblings-Sky-Money-Moment innerhalb von allen Videos. Vielleicht auch aus diesem Video. Ansonsten, wenn ihr das Video gerade bei der Erscheinung seht, ich bin heute am Tag dieses Videos 8 Stunden lang live. Also kommt sehr, sehr gerne noch vorbei. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank für 6 Jahre voller Spaß und guter Laune. Auf weitere mindestens 6 Jahre. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Livestream oder hoffentlich beim nächsten Video. Das gäbe es nämlich hier. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Haut rein, Freunde. Wir sehen uns. Und ciao. Abonniert mich. Wuhu. Uu.